So, hallo? So, store your perishables with sparkpowder to preserve. Use sparkpowder oil and cook meat to make jerky over hours. Hmm, cook meat auf jeden Fall und Spark... Hast du denn dein Dings gemacht? Den Mörtel? Ich versuche hier gerade was zu töten, lass mich mal. Erstmal mein Sperrreferieren. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, jetzt habe ich natürlich nichts mehr im Inventar. Mein Sperr... Dann... So, was bist du denn? Hast du Pfeile? Äh, ne. Ich wollte eigentlich... Ich könnte mal gucken, ob ich mir die machen kann. Steinpfeile Fetch Flint Fiber. Wollte ich nicht töten, aber jetzt ist alles doof. Neun Stück kann ich machen, mach ich mal. Zu wenig Fiber. Ach, Buch! Ja, ich kann jetzt mal... Ach, Buch! Ähm... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Man hat immer zu wenig Fiber. Mh. Ey. Oh. Ja, du musst mir das nicht überlassen. Warum nicht? Oh, genug da. Was rauskommen würde. Na? Alba brauche ich noch. 6. Pass auf, also aus dem Bein hier aus der Ecke kommen gerne mal Diebe aus. Ja, die los wäre nicht so schlimm. Nö, überhaupt nicht. Mit denen komme ich ganz gut klar. Da musst du nur mit den Spucker ausweichen und dann... Ah, die meine ich, ich meine das ist ein Raptor. Ah. Ja, wenn wir den Mörtel haben, dann kann ich Betäubungspfeile herstellen. Ist das schon wieder ein Bot? Ähm, das ist auch ein Bot, ja. Ich muss auch meinen Nightbot mal einstellen, dass er die Links dann blockiert. So, einmal ein bisschen Fiber sammeln. Oh, Level 13. Ja. Na? Hm. Was ist das denn für ein Ding? Der ist Level 63. Oh. Und Ete hier? 24. Der ist Level 24 oder so. Ich kenn die schon alle. Ah. Ich hatte eben so einen, den du gerade mit Level 63 hattest, mit Level 4, aber der schlägt mit dem Schwanz da, weißt du? Hm. Genau in dem Moment ist mein Sperr kaputt gegangen und ich hatte nichts mehr im Momentar. Ah. War so ein bisschen ärgerlich. So, hier ist wieder Fiber. Hm? Ja, ich hab auch. Äh, Flint. Wir haben aber gar keinen Flint mehr, ne? Durch den mal ein bisschen Flint sammeln. Von hier gehen da? Hallo? Ah. Geht nicht. Ach doah. Oh. 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 Die hat schon wieder Hunger. Mensch. Oh. Mensch. Oh. Mensch. Ich krieg die Hunger. Hm. Dann krieg die Hunger. Ja. Dann krieg die Hunger. Ich glaub es kommt fast hinter mir hergerannt. Oh. Okay. Oh. Level 4 Freund? Moment, meine Spitzhack ist kaputt. Wood und Thatch. So, habe ich jetzt die Kampfmusik? Ja, er rennt wieder her. Hinter dir? Ja. Der sitzt da jetzt am Wasser, glaube ich. Aber ich muss jetzt erstmal... Boah, 20 Fleisch, ja. Oh, Sack. So, hörst du das mit Wasser? Bist du jetzt dran? Ich bin jetzt hier irgendwo am Schweinekloppen. Ah, wofür. Ich muss jetzt ein Flint haben. Ich muss jetzt eine Flint haben. Auf jeden Fall ist es hier im Sack. Der macht unser Haus kaputt. Na warte. Pass auf, der schlägt wie du schwarz. Ich muss mich ein bisschen ausruhen, weil ich hier keine Energie habe gerade. Alter Schwede. Du musst den von hinten. Guck mal, dass der dir hinterher rett, dann kann ich den... Oh je, ich hab schon die Knochen gebrochen. Versuch dich nicht auf nem Stein zu retten, der kann da oben. Was mach ich denn jetzt? Nicht einrollen, ist das wo? Nee. Bringt das was? Find ich nicht, oder? Oder dauert er denn mal? Ich klopp mal mit der Axt drauf. Ich glaube, das bringt nichts. Da müssen wir bestimmt warten, bis er wieder rauskommt. Das ist Bucky, oder? Nee, der versteckt sich unter seinem Panzer. Warte mal, warte mal. Lass den mal. Würde den mit dem Papa? Nee, nee, lass den mal. Ist ja witzig, oder? Das ist so ein Scha... Das ist so ein Scha... Äh, hier... Wie heißt die von deinem? Göttensiere? Ja, irgendwie sowas wird das sein. Ja, dann... Dann ist er aber auch schon fast flack, oder? Wenn der sich was stellt. Ich... Weiß nicht, was er macht. Jetzt müssen wir mal weggehen. Aber der wollte unser Haus kaputt machen. Wenn er keine Lefa mehr sieht, kommt er bestimmt da raus. ... Kann man sich da drauf stellen? Ich fahle ich grad mal die Grafiken. Hä? Ähm... Da drauf stellen... Ah, jetzt! Der ist er wieder. Oh, ja, kleiner Drecksack. Warte, ich muss zummern, ich bin schon tot. Aber er blutet doch. Jaja, dem geht doch nicht. Ach Mist, wir haben keine Berries mehr zum Heil. Das ist jetzt doof. Hä? Das ist ja jetzt doof, wenn der da... Dann kommt der gleich da wieder raus und kloppt wieder auf uns ein. Jaja, wir dürfen nur nicht in unmittelbarer Nähe stehen, ne? Blödes Vieh. Von Level 4, ne? Ja gut, aber wenn der einen starken Panzer hat... Oh, Elft-Cooked-Need haben wir da drin. Aber der wollte uns da ausverstehen. Hm. Ja, ich bin jetzt erstmal wieder weg. Ähm, was ist denn mal mit dem Mörtel hier? Wen? Ja, du solltest doch mal den Mörtel bauen. Ja, das mach ich ja auch. Ja, ohne dein Mörtel funktioniert der Kühlschrank nicht. Ach so. Ja, dann mag doch sowas. Hab ich doch gesagt, wir brauchen diese Spark-Power dafür. Ja, ich würde gerne erstmal aus dem roten Bereich raus. Ja, ich hole mir jetzt den Mörtel. Ja, jetzt lebt die doch. Ich muss den Gitten kriegen. Man, oh, ist das ein Penner. Ja. Das ist ja eine feige Ratte. Mhm. Der wollte auch wegrennen. Naja. Aber das tut mir irgendwie leid gerade. Ja, der hat den erlebt ja noch. Oh, kann das sein, dass du leicht überladen bist? Ja, der ist ja ein bisschen. Hm. Katze. Auf dem Pulli. Aber dieses, ähm, Spark-Powder. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. Da. Hast du deine Hörte. Ah, danke. Spark-Powder. Ähm, wo ist denn das? Miscellaneous? Nee. Ganz wichtig, halt immer wieder direkt in die Schuhe, ne? Ach, kann ich gar nicht. Kannst du Spark-Powder? Ja. Haben wir schon gemacht. Was ist denn hier schon wieder los? Klopfst du da irgendwo drauf? Nein. Ist er wieder wach? Der kloppt schon wieder an unser Haus. Au. Der hat den Traum. Komm auf. 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 occasional ins Wasser. Ele. Kann ich bull sein? Na, du machst grad unser Haus kaputt. Ich dachte, wenn der da durchhaut, kann ich dann auch da durchhauen. Oh. Wir müssen die Wand reparieren hier. Halt schon feil. Hat er das schon wieder eingerollt? Ja. Was? Mann, das ist aber auch ein kleiner Drecksack. Wenn der den Kopf ein Stück rausstreckt, dann musst du dich... Jetzt repariert sich das hier. Kann ich nicht hier... Boah, hier geht ein Sperr nach dem anderen kaputt bei dem Ding. Ja, ich leg den mal übereinander. Ja, ja, ich hatte auch. Vier Stück sind jetzt kaputt gegangen. Kann man sich bücken? Ja, mit C. Das fehlt mir hier, Wood. Habe ich ja noch ein bisschen Wood. Ich habe die Truhe auch kaputt. Boah, ey, schon wieder ein Sperr kaputt. Du kommst nicht durch den durch. Wir haben keinen Wood mehr hier. Scheiße. Ja, aber der macht unser Haus kaputt. Das Arse macht uns den Wood kaputt. Das Arse. Ich guck mal, ob ich mit dem Wood hier zumindest mal hier die... ...dings reparieren kann. Die Truhe, die ist ja auch schon fast kaputt. Repair. So, die repariert sich jetzt. Da guckt er schon wieder raus. Jetzt macht er aber nichts gerade. Ein dödy Kubus. Dass der nicht länger überleben kann, ne? Das willst du mit dem machen? Dann machen wir uns ja alles kaputt an dem. Ja, aber... Der kommt irgendwann und haut mir wieder mal an für die... ...vor die... ...Omme. Was machen wir denn jetzt mit dem Kollegen? Hm? Was machen wir denn jetzt mit dem Kollegen? Ich weiß nicht. Wenn wir es wieder draufkloppen, dann ist der wieder... ...ist der lieb? Ja, hau direkt ins Gesicht. Und dann auch direkt rückwärtslaufen. Hi, Edgar. Extrem laut. Hi. Laut Pegel ist alles okay. Und Echo, ja, das liegt daran, weil wir halt im selben Raum sitzen. Warte mal, es geht immer weg. Man. Wer haut ab, ne? Insufficient resources to repair. Ist der Boden da kaputt? Sedge und Wood weiterhin. Toll. Ich hab Sedge und Wood, oder? Ne, ich brauch Sedge. Du brauchst Sedge. Ähm. Es ist nochmal 5 hier. Kannst du dir am Dings abholen. Was? Was für Powder brauchtest du? Sparkle Powder. Ne. Warte, muss ich mal gucken, ob ich irgendwas... Also ich kann Pementing-Paste, Gunpowder und Spark-Powder. Ja, Spark-Powder. Aber dafür brauchst du Flint. Aber dafür brauchst du Flint. Achso, muss man das in dem Ding drin machen? Hä? Muss man das hier machen, oder was? Ja, ich dachte, wir haben so ein schönes Kuss. Ah, da geht das. Flint und Stone. Okay, Moment. Ja, warte, ich hab ja schon Stone und so. Ich brauch nur noch Flint. Ah. Hä? Kann ja nicht sein. Wie viel Flint braucht man da denn? Boah, das gibt es doch nicht, diese Viecher. Hi. 11-2. Hm, ja, wir benutzen TS-3, aber das Echo kommt zustande, weil, ähm, ähm, ihre Stimme manchmal über mein Mikro mit reinkommt. Also TS-3 und Mikro. Ich kann's nicht erstellen. Ach, bin ich. Ja, sie streamt gerade auch. Hm. So, jetzt hast du es drin und jetzt kannst du es herstellen. Ja, bin dabei. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel man braucht. Noch mal 20. Hallo? Hört nicht mehr auf. Hast du auf All gedrückt? Nein. Ich hab jetzt 36. So, okay, dann... Nimmst du dir die? Ja. So. Damit kannst du Gunpowder machen, ne? So, das müssten die da rein und das da und das. So, das ist die Team für die, für die, für den Zement. Ne, wenn ich, wenn ich TS-3 schließe, dann hört man sie nicht mehr. Das ist nur, wenn, ab einem bestimmten Lautstärke, dann kommt's halt wieder bei mir rüber. Ah, tut mir leid, ich bin schon mal, ich war einfach so laut. Ja, die sitzt neben mir. Direkt hier, äh, links. Soll ich mal rübergucken? Wo ist denn deine Kamera? Jetzt kriegst du grüne Haare im Screen. Ähm, was ist denn hier? Achso, das ist auch noch kaputt. Thatch Wood Fiber. Shitter. Das ist ja mein Herz. Das ist ja mein Herz. Ja, mein Herz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020